Hat er eben geschimpft? Hat er eben geschimpft? Nein, nein. Er hat geschimpft, oder? Nicht, nicht, Thomas nicht. Okay, okay, ja, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich halte mich zurück. Ja, ich will ja den Leuten immer schöne Bilder machen, dass sie sich freuen. Ja, aber okay. Warum sind Sie denn nicht gerade bei den Barhäusch gewesen? Dann hätte ich auch ein paar Sachen. Ja, stimmt, hätte ich auch. Ich war gerade in der Stadt.